Dann haben wir jetzt also fertig. Verglichen. Nur keine Eile. Bitte, lasst dir Zeit. Cons. Nur keine Eile. Sanctuary. Ja, warum auch nicht. Und mal gucken, was Markus jetzt von uns hält. Mhm. Was zum? Wo zum Teufel kommst du denn her? Verdammte Kammerjäger. Bastard, das war nur ein Trick. Ebert. Bastard, das war nur ein Trick. Hat das im englischen Sinn ergeben? Oh, hi. Ich hab den Cherry gebracht. Ich fühl mich ganz komisch. Das Gerät, mit dem Jack mich traktiert. Also mit Angel sah das besser aus. Irgendwie, ja. Vor allem, das ist jetzt Live-Action gewesen, ne? War's bei Angel auch? Herzlich willkommen, Kunde. Ja, von Angel kennt man uns halt, von Lilith noch nicht. Ja, von Lilith sah's einfach schlecht aus. Ja, ich mein, Lilith fühlt sich auch schlecht gerade, würde ich mal vermuten. Ja, aber trotzdem. Pff. Ich bin ein bisschen hungrig. Freut mich, dich kennenzulernen. Irgendwie schwerer Automaten dran. Ja, nebenbei, was hattest du gerade gesagt, Simon? Warum, warum du dich so gewundert hast, was Markus gesagt hat? Ein verdammter Bastard. War nur ein Trick. War nur ein Trick, hat der gesagt? Ja. Hat er nicht. Bissere Ware findest du nicht? Na, aber du hast auch gesagt wie, damn Vault Hunters, rob me blind. Pff. Ja, das auch. Aber danach hat er noch was gesagt. Lens Manner? Achtung. Ich habe nur eine Frage, die ich euch allen stellen möchte. Eine Frage. Was hast du schon wieder alles angemacht? Vor einigen Jahren waren wir Feinde. Ja. Aber die Zeiten sind vorbei. Haben wir noch nie gehört. So froh ich auch bin, euch alle in Sanctuary zu sehen. Ich weiß, dass ihr nur hier seid, weil ihr keine andere Wahl hattet. Klar doch. Ich weiß, wie furchtbar es da draußen ist. Also mir ist es neu. Ich weiß, dass Jacks Armee wie ein Sandsturm über diesen Planeten hinweggelegt hat. Und alles zerfetzt hat, was hier im Weg stand. Als ich mich vor Jahren... Ja, das ist... Das sind auch so ein Rekrutierungsteil immer noch. Die gehen eigentlich schon immer rum. Die sich nicht selbst beschützen können. Aber ihr wisst so gut wie ich. Das war eine Lüge. Aber dieser Kampf gegen Hyperion? Der ist wahr. Wenn ihr uns nicht verbinden. Wie lange... Schau mal an. Das Banner ist auch neu, glaube ich. Ja. Und ich habe nur eine Frage. Seid Kammerjäger. Du wirst alles, was wir noch haben. Jack hat Roland getötet. Er hat Bloodwing getötet. Aber Lilith wird er nicht töten. Jack wird noch etwas Zeit brauchen, den Kammerschlüssel aufzuladen. Du musst herausfinden, wo dieser Krieger begraben ist. Es gibt nur einen Ort auf Pandora, wo du diese Info findest. Die Hyperion Infos Locate. Da musst du hin. Ich weiß nicht, wie er fühlt sich auch im Kreis drehen. Wer ist... Volk von Pandora. Meine Tochter ist... ...tot. Ermordet. Von dem Kammerjäger. Daher habe ich mich entschlossen, sein Kopfgeld zu streichen. Wenn jemand diesen Kindermörder tötet, bevor ich die Chance dazu habe, werde ich denjenigen finden. Und er wird es bereuen, mich meiner Rache beraubt zu haben. Na dann. Best. Best. Aber welche? Ja, fang ja den Mordecai an wahrscheinlich. Ich brauche deine Hilfe. Die Leute in Sanctuary wissen nicht, dass Roland tot ist. Ohne ihn wären die meisten von ihnen nicht mehr am Leben. Vielleicht solltest du es ihnen sagen. Schlechte Idee. Was bei Rick? Hey, Slap! Geh draußen. Ah ja. Schlecht, Slap. Ich will den Swordtooth-Bastarden nicht nur ihre Bomben nehmen, Slap. Ich will ihnen ihren Stolz nehmen. Hisse unsere Slap-Flaggen über ihren Camps in Swordtooth-Cordran, um Mordersmänner zu zeigen, wer die wahren Badasses sind. Gut. Wollen wir nicht erst mit den Leuten Bescheid sagen? Das ist nämlich hier. Ja, 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 ja. Kein Stress. Uh, erst mal vielleicht zum Iridium-Shop. Oh ja, auf jeden Fall. Aber lass uns bitte gemeinsam mit denen reden, weil das hört man ja nur einmal irgendwie. Sankt ihr euch hier aufs Tod? Ja. Gleich erst. Jaaa. Du hast einen Burschen springen ab vom Balkon, ey. So, Sniper, so. Das war mir wichtig. Hier muss ich einiges ändern. 19 hab ich nur. Ich hab jetzt nur noch eins. Noch drei. Kann ich mir ausgeben. Na dann. Also die hier weiß das schon. Hab ich gehört. Oxy. Jack hat Roland getötet? Verdammt. Er hat mir mit Mr. Schenke geholfen und sich im Gegensatz zu fast jedem anderen Kerl in der Gegend immer wie ein Gentleman benommen. Mir... Mir fehlen die Worte. Verdammt. Sind das einfach Tränen? Danke, Darling. Das Geschäft läuft nicht besonders, seit Hyperion sich in der Stadt abgemacht hat. Direkt weg zum Business. Die schwingen große Reden von Wegen, die Wildnis aufräumen und Pandora zivilisieren. Aber am Ende geht's doch nur um zweierlei. Kohle und Kontrolle. Und Hyperion... Im Englischen war das jetzt grad verdammt zweideutig. Ja? Mhm. Ich weiß ja nicht, was sie grad gesagt hat. Sag mal, was sie gesagt hat. Mhm. Du fängst an. Ich hab's nicht wort für wort im Kopf mehr. Weil ich nicht draufgeachtet habe. Ich bin spielsüchtig, okay, ne? Ich war halt nachdem... Ich bin spielsüchtig, okay, ne? Ja, ja. Ich war halt nachdem, ähm... Weil ich spielte trink. Und so. Und so. Den Rest hab ich auch nicht mehr verstanden. Und dann irgendwas von wegen... Nicht, weil du mir irgendwie... Trinkgeld da gelassen hast. Sowas in der Richtung. Keine Ahnung. Okay. Das kann man gar nicht bei mir. Tja, wärst du mal da stehen geblieben, ne? Ja, da stehen geblieben. Ja. Ja. Weil er weiterspielt, lassen wir ihn einfach in Ruhe und gehen nur zu zweit weiter, ne? Next. Jo. Ich krieg noch jede Menge Waffen und so daraus. Jaja, Ruhe. Dann reden wir noch mit selbst, ne? Komm her. Hi. Hallo. Roland ist tot? Gott. Ich erinnere mich an unsere erste Begegnung. Ich heilte ihn, nachdem er einige von Nine Toast Männern getötet hatte. Der Schiene zu sein. Ruhig. Aber... Ach... Mist. Tut mir leid. Das hat er nicht verdient. Ich hatte der Quest für uns. Toll. Ach ja. Ich sag dir, Mann. Ich werd nie vergessen, wie Roland und die anderen über Pisswash Gully gesprungen sind. Das waren noch Zeiten. Shit, Mann. Jetzt bin ich echt traurig. Fühlt sich so traurig sein an? Du bringst die Drecksau von Jack um. Hörst du? Ja doch. Hey, er hat ne Quest für uns. Spät, okay. Hey, er hat ne Quest für uns. Das ist bescheuert. Sagt ausgerechnet der Wichser, der das Geld wahrscheinlich geklaut hat. Hey, Tim! Du bist aber ziemlich schnell bei der Hand für Entschuldigungen. Ja. Gut, die Leute reden unglaublich laut. Aber die Leute, mit denen wir reden sollen, sind unglaublich leise, ne? Ja, ne? Ja, weil die irgendwie als ihren Look, sondern als Ambient-Sound zählen oder so. Trotzdem. Zum Glück laufen wir grad nicht den größtmöglichen Umweg. Ha. Wieso? Weil's stimmt. Ach, ja. Roland? Tod? Oh. Wir waren nicht auf deiner Meinung. Es gefiel ihm nicht, dass ich Waffen an die Banditen verkaufe. Aber ohne ihn wäre ich in New Haven draufgegangen. Er war... Er war ein guter Mann. Noch mehr. Tennis? Ach, sie war das. Ja. Wie, Brick? Weiß das noch nicht? Eigentlich schon, ne? Ach so, wahrscheinlich. Nachdem man mit Tennis geredet hat. Dann machte ich, hey, wir sind fertig. Tennis Last. Ohne Roland wäre ich heute nicht mehr am Leben. Ich bin unangenehm überrascht, festzustellen, dass ich Trauer über seinen Tod empfinde. Mimimimi. Ist er. Hier hin? Mhm. Draußen ist er nicht. Ach, hier direkt an der Treppe. Mordecai hat mir berichtet, was mit Roland passiert ist. Hier ist der Plan. Wir beerdigen Roland. Wir retten den Planeten. Und wir töten Jack. Seine Verbündeten, seine Freunde, seine Familie, alle denen er je begegnet ist. Wir häuten sie mit ihren eigenen verdammten Zähnen! Tut mir leid. Unsere Wege trennten sich vor einigen Jahren. Aber wir waren Freunde. Und niemand tut meinen Freunden ungestraft was an! Sorry, dass ich dir diese Scheiße auflade, aber einer musste es ihnen sagen. Ich hab den Code von Rolands Waffenarsenal an dein Echogerät geschickt. Wenn jemand bekommen sollte, dass da drin ist, dann der Teufelskerl, der ihn rächen wird. Hier! Gut. Ja gut, soll mir recht sein. Ah, und jetzt kommen wir endlich da unten rein. Ja. Oh, warum legt der Iridium in den Dastatien? Das neue Kalk. Kalk 2.0. Doch! Ah, der wird 25. Nee, so tut es aber auch halt nicht. Sack. Nee, es will. Gut gegen Rüstung. Nein. Die ist gar nicht mal so viel geiler als meine. Nein. Die ist gar nicht mal so viel geiler als meine. Ich bin schön. Der Rave-Sniper ist ein Stück weit besser als meiner. Wenn irgendwer den geilen Shit verdient in Roland hat, dann ihr. Töte Jack. 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 Die sind unterlevelt, er ist fuck. Aber ich mein, wir haben ja grad relativ gute Side-Quests wahrscheinlich von den Leuten, allen, ne? Ja. Ich sehe grad jetzt schon wieder sechs Ausrufezeichen, irgendwie. Ja, holen wir die grad noch. Ja, und danach können wir hier die Opportunity-Quest machen. Nicht, Death-Trap, Crap-Trap, Death-Trap. Ach, was ist das? Später. Ich trete dann mal mit Crap-Trap, ne? Gut. Ich hab Geburtstag. Vor sieben Jahren bin ich vom Band gerollt. Zu mir einen Gefallen und verteil die Einladung für meine Affen geile Geburtstagsparty. Und bei Heidi, wir legen jede Minute los. Och nee. Nein. Guter. Ja. Ha! Clappy macht ne Sause? Weißt du, ich würd ja hingehen, aber... Nein, ich will die... Geh doch. Ich will ein Liebesgesicht für ne Braut schreiben. Daisy! Aber ich brauch Inspiration! Etwas, damit ich in Fahrt komme. Damit sie in Fahrt kommt. Sex durch Poesie, verstehst du? Nimm die Kamera und fotografier ein paar interessante Motive, die ich in meinem Gedicht verwenden kann. Okay? Okay... Heeeey... Jetzt würd ich wirklich gern wissen, was das auf Deutsch war. Schau dir die Aufnahme an. Nein, kann ich nicht. Merk dir so'n Scheiß einfach mal. Sex durch Poesie. Und wir sollen ihre interessante Motive verwenden. Danke, das ist der Teil, den ich nicht wissen wollte. Wollt die Kammer vielleicht mitnehmen, wenn wir schon mal dabei sind. Aber stimmt, wir haben ja den... Konstantin, kannst du das eventuell kurz erwähnen? Ne, kann ja nicht, weil das Kontin auch nicht mehr weiß. Ne, so genau kann man das nicht kriegen. Pfff! Pfff! Ne. Kann ich das auch nochmal wiederholen? Ne, das war... Ne, ist... Bei den Sachen ist es ja nicht so wichtig, wie das von Englisch auf Deutsch übersetzt wurde, aber da... Bei dem einen wär's mir schon wichtig gewesen. Bei welchem einen, genau? Dem gerade mit dem Fotos. Vor den Fotos. Warum find ich überall die Rede um, ey? Ich hab grad voll... Was? Hilfe? Also das ist ne lange Geschichte. Nein, das ist ne kurze Geschichte. Ich schreib Kurzgeschichten. Es war abgemacht, die Beute durch Bier zu teilen, aber bevor es dazu kam, hat sie sich einer komplett unter den Nagel gerissen. Diese Idioten schreien sich immer noch an. Hier ist Marshall Friedman. Wenn du mir einen Gefallen tun und diese Trottel zum Schweigen bringen willst, damit ich mein Nickerchen fortsetzen kann, dann wüsste, dass nur einer von ihnen die Wahrheit sagen wird. Die anderen drei sind Lügner. Wenn du rauskriegst, welcher die anderen ausgeraubt hat, verpass ihn von mir ne... Gerade hab ich Herrn Lässers gemacht, wo wir auch verkackt haben. Das ist ja prima. Mhm. Das heißt, mit denen reden und erklären, was los ist. Also unter uns... Das ist doch aus... Oh, Stür! Klappe! Yeah, Baby, ich reiß mir das Geld unter den Nagel! Und ich sagte, das kannst du nicht machen! Und er doch, Baby, das mach ich! Und ich, das ist Unrecht! Hat mich trotzdem irgendwie angetan... Okay, ich hab jetzt nicht mitgekriegt, was die wollte. Ähm... Danke, Konstantin. Frau Kanter hat mit ihr gebumst. Und dabei gesagt, dass er das Geld unter den Nagel reißen wird. Ah, okay. Sam lügt wie gedruckt. Das war einfach. Pass auf, nach dem, was wir über das menschliche Bewusstsein wissen, kann ich mir nur einer Tatsache gewiss sein. Ich habe das Geld nicht geklaut. Ich kenne meine eigene Psyche und ich weiß, dass diese Psyche es nicht geklaut hat. Würde ich die Psyche der anderen kennen, könnte ich dir weiterhelfen. Aber leider kann ich nur für mich sprechen. Und das tue ich hiermit und sage, ich habe das Geld nicht geklaut. Kepler. Sam hat das Geld geklaut. 100%. Nachdem sie und O'Kentler unseren Coup ordentlich gefeiert hatten, habe ich gesehen, wie sie sich die Beute in die Hose gesteckt hat. Ich finde dieses Warnungsschild an ihrem Bein richtig cool. Als Schutz. Sanctuary wird durchhalten. Ja, den erschießen wir jetzt. Hm. Normalerweise war bei dem ersten Wasser noch einfach. Da konnten wir es eigentlich wirklich zurückführen. Aber hier? Wir haben so, hier ist ein Dollarzeichen auf dem Rucksack. Ja, ja. Hier ist eine Biogefährdung. Das ist ein Rucksack. Hier ist ein Seil. Ja, vielleicht sieht man bei irgendwem einen. Vor allem die eine meinte, dass sie es nicht in ihre Hose gestopft hätte. Geht ja gar nicht. Erstens das und zweitens... Hätte ich jetzt doch irgendwie einfach mal erwartet, dass da irgendwie noch ein Geldschirm oder so raushängt oder so, aber nein. Er hier? Erstens ist jetzt schwierig. Er sieht aus, als hätte er ein gebrochenes Bein gehabt und sich das irgendwie gefixt. Klingt aber irgendwie auch nicht viel. Beruhigt euch alle. Ihr seid hier sicher. Ich hab was für dich! Äh, scheiße. Das geht natürlich auch. Das hat nicht gewollt. Alle töten ohne Partys, nicht sich handeln, sondern selber nehmen. Du Arschloch! Das war ja aus Versehen. Geil! Geil! Okay, sie war's. Scheiße, wie geil! Alter! Schön liegen, Alter! Nee! Ich wollte gerade schon sagen, wir könnten alle töten. Kannst du doch nicht machen, Junge! Ich glaub, normalerweise kann man echt nicht alle töten, weil sobald man nur einen tötet, überleben die anderen automatisch. Naja. Jaja, aber wenn man alle gleichzeitig tötet. Nee, ich wollte auch das Questlog öffnen, hab aber dann G gedrückt, so blöd ich war. Und dann stand ich so, dass die Granate noch an dem Kanister von diesem Kackviech abgeprallt ist und hängen geblieben ist, weil das Klebegranaten sind. Und da die so einen großen Explosionsradio sagt, hat die alle auf einmal weggesetzt. Oh nee! Also, wenn wir irgendwelche Best-Obs machen würden, wäre das da drin. Wahrscheinlich. Holy shit, das muss ich nochmal in der Aufnahme sehen, ich kenn ja meine Perspektive. Ja, ich war leider gerade im Menü, also hast du nicht wirklich viel gesehen. Awww. Ja, ich war im Questlog gucken, ne? Ja, wollte ich auch. Ja gut, aber von E nach G ist schon ein Unterschied, ne? Ich hab so viele verschiedene Spiele in letzter Zeit, dass ich gar nicht mehr weiß, welche Taste was ist. So, äh, G. Das ist genial. Das ist einfach grandios. Das ist einfach grandios. Das ist einfach grandios. Was? Alles Zort. Und ich denke mir noch so, fuck. Ich bin nicht mehr ein. Was hat Marcos denn noch für das? Oh, man kann hier runterfallen. Ja, kann man. Cool. Einmal gebebt worden, würde ich sagen. Nein. Das ist eine schöne Antwort. Hey, ich hab einen Job für dich. Dann lad ich mir Moxie ein. In einem Wochen habe ich einem Idioten namens Kai Geld gewechselt und ihm einen Zehner statt einem Einer gegeben. Du musst ihn finden und mir die neuen Piepen zurückholen, die er mir schuldet. Er hat in ein Echo-Gerät gebrabelt, als er reinkam. Vielleicht kannst du ihnen anhand seiner Sendesignale aufstellen. Oh, tut mir leid. Ich kenn' leider nicht. Gib Claptrap nen Geburtstagskuss von mir. Aber nen rein platonischen. Nicht, dass er auf dumme Gedanken kommt. Könnten wir das gleich sein lassen? Was? Mit Claptrap? Nein. Also Claptrap's Geburtstagsparty fänd' ich jetzt schon interessant. Ja. Ich find's ätzend. Mach mal die halt noch. Party! Ja, wenn ihr das nicht auf Englisch machen könnt. Ich find's doch schön, wie wir grad alle abgesagt haben. Schmeiß den Ghetto-Blaster an und dann geht die Party richtig los! Unbox! Spitzel! Die Gäste müssen jeden Moment kommen! Enjoy Party! Zwei Minuten lang. Okay. Lass uns Party enjoyen hier! Party! Drei ein bisschen rum. Enjoy die Party! Ja, und bringst du alles zum Laggen hier. Ja. Machen wir auch nicht. Kann ich auch! Party! Ganz in der Tat! Hier, Party! Wunderschön! Dem Lag! Dem Lag! Dem Lag indeed! Die Granaten aber den Müll anziehen müssen wir nicht zusammen. Die haben sich bestimmt alle verlaufen! Die ist schwer herzufinden! Ja. So schwer herzufinden. Jetzt bitte erstmal nur hoffen, dass sich die Frames wieder ein bisschen beruhigen, wenn sich das Ganze vergießt worden. Danke! Unterhalte dich ruhig mit, ähm... Niemanden! Okay. Bier zum Beispiel. Ja. Lass mit dem Job, den ich dir gegeben habe! Kornzahl. Lass, danke. Enjoy the Party. Es, äh... Es ist Pizza da! Wollst du Hunger? Ja. Es ist noch Pizza da! Die Pizza ist ein bisschen kalt! Nice! Das ist zwar echt ein... Extra-Ziel. Pizza essen. Pust! 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 Besorgt er sich gerade? Seinbar! Oh, stimmt! Ich hab' ja gar keine Lungen! Untertan! Puste doch mal da rein! Vielleicht kommt die Party dann im Schwung! Was? Blasen! Ja! 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 Gefällt dir die Party? Definitiv! Total! Das ist feierlich ohne Ende, ja! Ja! Das war's dann wohl! Danke, dass du zu meiner Party gekommen bist! Untertan! Ich, äh... Ich glaube, ich hab' viel zu viel Pizza gekauft! Dann nimm dir welche mit nach Hause, wenn du willst! Das war die beste Party, die ich hier geschwissen habe! Das sind zwei Scheiß-Waffen! Ich helfe euch! Hab' meine Pizza gerne! Das sind echt scheiße! Wow! Welche gibt mir ja die hier? Gibt mir ja was? Ah, Geld! Natürlich! Warum gibt die einen, die sind? Also wenig! Hey! Shut up! Kennst du meine Freundin Lainey? Mann, die ist perfekt! Blond! Heiße Figur! Nur ein Fernverwand mit mir! Heiße Figur! Der Ratten! Diese The Fridge-Ratten haben mir eine Gehirnwäsche verpasst! Du musst dir diesen Kannibalismus-Scheiß austreiben! Ich will nicht gebissen werden! Bring Lainey ihre Lieblingsblumen und ihr Lieblingsessen! Dann wird sie wieder normal! Entfernt verwandt! Mhm! Und solltest du über ein paar Porno-Hüfte stolpern? Ich meine, nur wenn du rein zufällig irgendwie irgendwo welche finden solltest! Bring sie mir mit, okay? Oh, Geile! Sau, du! Ah, weich! Ist einfach so Hillbilly hoch 10 so ein bisschen, ne? Der ist super sympathisch, der Typ! Das Beste an dem ist halt wirklich noch, dass ich ihn jetzt auch in der passenden Stimme hab, ne? So! Hilfe! Wo geht's hin? Und wieso lässt du uns da nicht mit entscheiden? Also ihr habt euch über die Quests amüsiert? Das hatte ich angenommen als, äh, ist gut! Als wir sind noch mitten in Sachen verkaufen und kaufen, danke! Ja, wart nicht hier im Menü, also sorry! Ja komm, dann werden wir vielleicht noch aufsteigen hier, wenn wir ein bisschen was machen! Jo! Nummer 20 wäre schon schön! Jo! Ach ne, Moment, dann werdet ihr vielleicht noch auf... Hier ist jemand eingefroren! Auf meinen Befehl! Ach so, das sind die 21er hier! Ach so, das sind die 21er hier! Die nichts können, ja! Jetzt gut, ich hab ne Waffe, die keine Schusssounds macht! Gar keine! Das... Ding ist nicht gesund! Wie? Ja, sogar seine Pistole sind, die klingt nach gar nichts! Da war ein Pauner-Hift irgendwo dazwischen! Na dann! Was? Ernsthaft? Ich hab mal die Zone aufgelandet mit einem Pauner-Hift dazwischen! Bei einem Feind! Das ist eigentlich einfach irgendwie so ein... Urlaubsalbum von Moxie! Bei einem Feind? Ja? Ne, kurze Frage... Wie heißt der zweite Teil der Quest bei euch? Irgendwie die Pauner-Häftchen! Ah! Im Englischen ist das wirklich Find-Girly-Magazine! Okay... Bei Girly in dem Fall irgendwie... Naja... Im Deutschen ist das eindeutig! Im Englischen weniger! Das ist wenigstens indirekt! Das ist so komisch, ne Waffe zu haben, die keine Schusssounds macht, ne? So... Alter! Kommst du mal ernst an? Ach komm! So! Gun-Ho! Okay! Heavy-Fire und Grunt! Das sind die Gölle-Magazine! Wie ist der das? Hier in seinem Radiolagen geben! Wow! Das muss noch irgendwo ein Packen sein! Das muss noch irgendwo ein Packen sein! Ah, das Waffe ist so inakkurat! Bzw. man kann damit halt nicht wirklich zielen, weil es einfach ein Revolver ist! Waffen? Nein! Waffen? Nein! Waffen? 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 Waffen spielen! Waffen spielen! Waffen spielen spielen spielen! Die Blümchen gibt's da unten! Woher kam das jetzt nochmal? Ab durch die Hecke! Ach ja! Das stimmt, dass halt nur leide Hunde... WIEJEN! Oh Gott. Wir haben einfach hier schon wieder Legs gehabt, ne? Kann nicht sein. Klingelnblumen, ok. Wo sind die? Hallo, das kann nicht wahr sein. Super. Wauw. Danke. Pizza? Was? Ja. 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 Wir müssen in diesem kleinen Gebiet übrigens noch mehr Pizza finden. Ja, ja. Die ist doch immer aufgespießt. Ja, der Kaktus sticht. Ich muss gleich vom Kaktus weggehen. Ich hab's so brutzelt einen weg. Wo ist die letzte Pizza? Da hinten. Da oben, ach je. Ich call die schon. Ja, kann man von hier aus nicht kennen. Ja, Jump'n'Run Skills. Ja. 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 Hier, direkt unter mir. Ach da. Ja, hier, hier, direkt unter mir. Äh, über mir. Ja, ich bin... Wie es aussieht, hast du alles, um Lady eine gegen die Hirnwäsche zu verpassen. Weißt doch so, oder? Ich fühle mich doch super mäßiger. Ich gebe als echt voraus. Ich weiß, wie man's macht. Mit Schwertlinien und Pizza. Erdlinien? Hab ich jetzt einfach nur gesagt. So Schwertblumen hast du ja gesagt. Fliegenblumen, ja. Ja, Bladeflowers. Aber Schwertlinien klingt immer besser. Und es hat auch ein Schwert dabei. Sind zwar keine Schwertlinien, aber... Aufs Gegengehirnwäsche. Ja. An Brainwash. Ich bin da. Das ist schön. Ich darf Mädel aber erstmal sehen. Das siehst du aber nicht. Nicht? Warum nicht? Weil man's nicht sieht. Das ist hinter der Tür. Trotzdem. Blumen? Pizza? Wie aufmerksam, dass du mir so schöne Geschenke bringst. Vielleicht hätte ich mich doch nicht den Ratten anschließen sollen. Na also, ich wusste, du kommst früher oder später zu mir zurück. War das Scooter? Was glaubst du, warum ich hierher abgehauen bin? Nur hier war ich vor dem Idiot mit seiner dämlichen Anmache sicher. Wenn Scooter dich geschickt hat, dann musst du sterben! Erstmal. Wurz und Teufel sind diese kleinen Kerle! Steht Lanny jetzt auch Pinzlinge? Das halte ich nicht aus. Mach diese Frage fertig, Mann! Gerne. Du wirst doch das für sie töten müssen. Wie bitte? Man muss alles in diesem Spiel töten. Ja irgendwie, ne? Na, ich schließe das Gesicht. Schieb ihr Zeugen jetzt mal da auf, dass sie so ein Rand drüber waren und rück nicht darauf, dass gut ein lausiger Wabawa war oder so. Ist für alle Beteiligten einfacher. Wenigstens haben wir es versucht. Komm zurück! Ich hab die übrigens gerade totgeprügelt. So, hier geht's weiter. Mhm, und ich lagge und ich hab mittlerweile... ich glaube ich haben das 20. Ja, ich noch nicht. Ja. Ja, die ist. Erstmals. Ahhhh. Lame, lame. Super. Ich zu verwenden. Die scheiße alles, ja. Vorgel.